Hallo und Willkommen. Mein Name ist Monika Leb und ich bin mit Herz und Seele Fotografin. Mein uneinsehbarer Garten in Eisenstadt bietet zahlreiche beschauliche Plätze, in denen wir völlig ungestört traumhaft schöne Fotos machen können. Ob Paarshooting, Babybauch, Neugeborenen, Geburtstags- oder Familienshootings. Auf Wunsch steht auch eine Visagistin bereit, die nicht nur für ein perfektes Make-up sorgt, sondern auch im Bereich Bodypainting eure Vorstellungen umsetzt bzw. ihren eigenen kreativen Ideen freien Lauf lässt. Der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Auch vierbeinige Familienmitglieder sind herzlich willkommen. Mir ist es sehr wichtig, dass ihr eine gemütliche Atmosphäre vorfindet, denn dies spiegelt sich auch in den Fotos wider. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen oder die Jahreszeit es nicht erlauben, verlegen wir das Shooting einfach in ein kleines, aber umfassend ausgerüstetes Studio im selben Standort. Es mangelt nicht an Requisiten für die verschiedensten Themen. Mit sehr viel Liebe zum Detail dekoriere ich für euch die unterschiedlichsten Sets. Sollten die lieben Kleinen ein wenig Startschwierigkeiten haben, ich gebe ihnen die Zeit, die sie brauchen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, an eurer Wunschlocation oder bei euch zu Hause zu fotografieren. Und auch Hochzeiten sind meine große Leidenschaft. Ihr seht, es gibt eine Menge Gelegenheiten und Möglichkeiten, ein Fotoshooting zu gestalten. Ich bin immer offen für neue Ideen und ich freue mich auf euch. Monika Leb, dem Augenblick Dauer schenken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020